kuckuck kuckuck hola stummes haar so ein stummes haar in der suppe hast du ein stummes haar in der suppe ach so eine französischen suppe hier ich dachte eigentlich das ist spanisch aber gut dachte eigentlich dass deine haare keinen bock auf deine fresse haben mich aber auch stirn nacken und bockhaare ja da sind wir wieder ein neues hächen hat begonnen und ja wir sind guter dinge ja ein bisschen heilung dabei und versuchen natürlich erst mal wieder rein zu kommen ein bisschen heilung muss sein ja man dann ist die welt voll braunfried brauner schleim sagen wir versuchen die abkürzung bei den caves zu nehmen sag mal bitte immer an wenn du level ab ist das erleichtert für mich ein bisschen was ich muss sonst immer bei dir gucken so wenn ich mit einer maus drüber bin da war das denn für ein level ist halt schon wichtig so schauen wir mal wo wir hier ankommen down to the caves ladies first nehmig an ja wie immer ok das trifft sich gut wir müssen rülsacken hat da gleich ein brett von koop wir sind in der zehnten ebene hängen geblieben hängen geblieben jetzt sind wir in der neunten genau also würde ich meinen oh ja dann suchen wir erstmal die zehnte wo pass auf da ist so ein stier hier woher stiehlt woher fängt er schon mal wie enden wer nur kackfie rennen doch hin vielleicht rennt er wieder weg wie immer ein feiles gesund braunzigaren hartfried wir schaffen das vorsicht ein limmel ja nichts zu melden hier identifikationsschriftrolle ist schon mal gut immer noch kein Geld bezahlen hier kannst du denn identifizieren äh was für Gegner wir haben dadurch ja das wäre schön irgendwie weil ich glaub du konzentrierst dich zu sehr auf meinen Arsch ja es kann sein uhr was ist denn im Arsch ja mann jetzt hab ich die schriftrolle verbraucht alter weil sie in Platz eins lag alter Ficky wirst du beschriert Nyh sind konservieren kannst du dich noch in geschafft jetzt schweigen manchmal die tasten schon wieder hier er ist mir nicht ab ich hatte sie doch im letzten hat glaube ich sind trank gegeben der den stärken gibt hast du ihn auch genommen ja das habe ich ja hier sind für mich zu stärken 67 ok hier und space wird sein 53 ich habe noch in die fund ja ich krieg hier ja nicht aber naja und was habe ich jetzt 68 naja mein ein raunfried das ist alles nur für deine bräune sagen meine starke bräune damit du nicht eine spur zu bauen ist meine bräune noch stärker ist das ist hier ich bin jetzt 68 braunfried ja mann drei Wörterbraun braunfried ich finde ja eher die 69 schöner als gib mir noch so ein trank ja mal gucken der sah aus wie mana trank beim aufheben oh hier ist ja was los oh Gott oh was so schnell was nein warum es ging so schnell runter habe ich keine Rüstung mehr oder was warte ich versuch warte ich versuch du musst laufen du musst laufen ich habe keine keine Stadtrolle also respawn ja in der Stadt in der Stadt ja siehste dafür habe ich mein Schild und meinen Klumpen hier sag mal wieso geht die Tasten teilweise nicht ja tut mir laut laut tut mir laut tut mir laut erst mal zum Heiler hier ein bisschen abschießen und wieder Heilung kriegen ich frage mich ja wir müssen uns echt dran gewinnen dass das hier ein bisschen härtere Nummer ist aber ich habe gar keinen da hatte ich gar kein Dings angehabt Dings Schild äh Armor achso oh Gott ja den hattest du auch im Rücken ich glaube es vergeht kein Part an dem ich dich nicht zumindest ein paar mal treffe ja so ich konnte die Sache hier gerade noch so regeln geil aber aber ich warte hier auf dich mein brauner Fried wie auf die Mom gekommen also ich hatte erst braun genommen wegen Braun ja ja wegen of Thrones und dann ging das nicht abgestürzt in so einem braunen Fried braun of Thrones braun of Thrones ja nee bei braun braun B.O. Max nee ich kenne nur auf dem Klo lege ich mal so ein braun nicht ab die Panic guck das hier alles oder irgendwo wo du die Storm bist nehme ich an ich glaube aber nicht da hinten da hinten schweige sein das das muss auch das so nichts androcks hier liegt ein Amulett auf Power bei mir Amulett auf Power Rangers ist so ist der Oberanliegen Helm anliegen denn Grube und es ist nicht benutzen ich hatte doch Tom Portalschrift Röhr was willst du denn benutzen was um uns erst mal anliegen ihr was amortet das Amulett muss erst mal anliegen wenn ich den die Axt nehmen kann ach so oh die Axt auch Sinn Kalina Limmel da ja aber manchmal gehen bei mir die Tasten nicht zum Heilen hier irgendwie da rennt schon wieder weg der Penner ja da sind halt diese Renner hier Renny rum den Magen auf genau das war schon wieder getroffen einer rum den Magen auf rein auch rum den Magen auf ich wollte mit euch nur offenen Kanälen ha 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 ein und noch am hinterher in der vor sich was hat um das dann aus Helda um ja leute wir müssen sich der Ebenen hinlaufen wo wir zuletzt waren weil der speichert leider nicht ich habe es soll der Ebenen hin das ist ja ekelhaft ja mann du hast du nur von Fallen getroffen hier wenn nicht immer alle abhauen und du mich nicht immer treffen würdest was ist denn das für ein Limmel da macht immer alle da hast du den? ja hier komm mal her dein Ring genau für den Braul Zigarre da müssen wir jetzt da habe ich einen Schlüssel da ey Braulfried komm mal her hier kann es nicht hier in dem See hier deine Zigarre anzünden ich sehe vorhin nicht er soll ja also nur doch hier die See oder nicht die See aber für zu oder sowas ja aber derzeit ja aber sie kann das ist ja drin Baden wenn du möchtest Jo Oh, aber du gehst voran. Oh! Oh, der ist mir genau in die Fresse gesprungen. Ja, machen alle. Sehr schön. Was ist das für ein Flamenwove? Flamenboy? Was ist das denn? Schriftrolle der Flammenwelle. Oh, Pfort, ich werde ihn anrennen. Das ist vorbei. Ich glaube, wir sollten immer die Großen fokussieren. Und zwar du in erster Linie, weil die rennen nicht weg. Ich fokussiere mich mal hier auf die. Du musst dich miteinander beschäftigen mit den Bogenpennern. Ja. Die mal abhauen. Oh Gott, mein Bogen ist auch die größte Kretze. Na, jetzt haut doch schon der ab. Ja, ich habe meinen Bogen nämlich im Bogen gedreht, weißt du? Da hängt irgendwo einer in so einer Ecke drin, den siehst du gar nicht. Ich sehe den jetzt gar nicht da. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hinschlagen soll. Ich habe noch einen vor mir. Sehr schön hast du das gemacht. Den hast du den Schädel gespalten. Das ist nur ein Haltrang. Der braucht eine Doppelspalt jetzt. Warte, hier. Eben kann ich den noch nehmen. Haben wir Bede 2? Wir wollten doch eigentlich nur die Ebene 10 finden. Obwohl, die muss ja hier Unko sein. Was? Verrecke! Den hast du uns besorgt. Ja, da geht ein Helm rum. Und dann gönn dir. Das ist dir vielleicht besser als meiner Amor 6. Ne. Weg damit. Da geht es da weiter. Da ist das ein enger Raum. Natürlich laufen wir falsch. Das ist ganz unwahrscheinlich. Ne. Da ist auch zu. Was wir schon? Na, laut Map ist dann nur jetzt der Hochgang zu Level 8. Achso. Dann unten. Dann müssen wir nach unten. Das ist doch da, wo du herkommst, oder? Aber laut Map ist unten eine Treppe und das ist nicht nah, wo wir hergekommen sind. Wo du hergekommen bist. Ja. Du liegst da am liebsten unten. Hä? Hier vielleicht. Oh. Oh. Ich komme. Ja, muss da ja sein. Oh, Vorsicht. Ich höre schon wieder hier. Ganz komische Sachen. Ja. 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 Von. Ja. Warte hier. Die Fässer lass ich mal hier. Hey. Komm, dann die auf ja mal her. Ja unten. Hast du die Fässer tot gemacht? Nee. Ja. Sie sollten fast überlegen, statt die Unter 없는 zu machen. Ja. 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 zu lange noch ein bisschen rache hier und ein stück blutwurst muss er jetzt scheiß blut eine dreckige kommt ich habe hier nichts mehr ich habe noch zum notfall Prozent Prozent heiligen Prozent Heilungen Heiligen um heiligen Geiligen mit der Mann herausgekriegt um Taki das mal hier in den Karten Stau war er hat eine Rolle von mir ja gut die auf bis sie bei Verschweien gibt mir heilung alter stecher ja mann der stecher mit dem recherchen so hast du noch ein bisschen geld hat hast du an 66 warte 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 ich kundier die heilung für drei heiltranke so weil es nicht frustrieren für den zuschauer da und dieselbe scheiße zu sehen was gedauert dasselbe zu sehen wenn wir nicht vorankommen und so warum hast du mir so gut möchte wollte aber schön dass du unsere als scheiße ist der dank für gestern abend oder was dass seine anfang gesagt konzentriere ich mal lieber auf dein spiel hier du bist wieder so pessimistisch wie pessimistische hat er was gesagt ist der dank für gestern abend oder was ja ja es ist genau dafür der dank du wixer hatte hier schluckst ein bisschen mehr du schluck specht los selbe scheiße hier wieder bei den egal wer spielt auch nicht anders laufen das getränkohlen kann ich mir nicht vorstellen hast du noch stadtportal ja eins habe ich noch ja gut wir müssen jetzt ein bisschen oft bekommen wir sonst zu gar kein geld ich hole mir vielleicht auch noch ein paar heiltränke ja ja dann hol dir auch noch ein paar heiltränke hol dir doch noch ein paar heiltränke ich würde sagen ich hole mir auch noch ein paar heiltränke oder ja aber hol dir die mit der braunen flüssigkeit okay die machen ich extra braun ja dann bist du auf die tränke er hat die hauen rinnen so jetzt habe ich mir für 1000 dollar hier gold geholt für 1000 Gold hast du dir 1000 Gold geholt 1000 Dollar hier 1000 Gold geholt ja mhm finde ich ein guter Kurs Koks okay ein guter Koks ja okay Christoph Daumen kann er mitreden na gut der hätte die Seitenlinie da weggesnifft da warte ich habe hier den Aufgang gefunden das ist ja auch so genau da wird es noch was bringen hier die Erfahrung mitzunehmen obwohl kommen die Map ist doch gleich durch ist und bis zu was abzulaufen denke unsere Erfahrung braucht das ich kümmere mich gezielt um Fernkämpfer ja man gibt sie hast du den uhr also irgendwas raus geflogen und die nicht ruhig gesagt ist ein heiltrank raus geflogen oder so ist verschwunden ich habe ich etwas von einer Seite ja weg so viele wo läuft sie denn hin hier ein bisschen nacheinander arbeiten um die die mal herkommen würden meine ich bin erst mal die sind total komisch gelaufen als ich da flüchten wollte sie ließen sie wird macht sie was ist hier oben du kommst richtig angerannt hast du es auf ich komme von der anderen Seite ich flanke sie dafür gibt es gut Geld man nennt mich den Flankenmann ich glaube der eine ist ein Boss vorsichtig ja fast älter passt bloß auf oh Gott der wollte ich fast wegrennen oh Gott weg ist gequirtet sehr schön hast du weg gespritzt ja ja da bleibt stehen die Feige der Spurzachs oh sehr schön da ist etwas für dich gefallene Zahl wenn sie dann sei es oh Gott haben wir noch gut gemeisterte was sagt denn edXier of Magic ach gibt mir ein Magie ich habe ja zumal die beiden Schicksal immer eine gute Gummipuppe Gummigummi 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 hier um Feuerweil Feuerweil Feuerwandbuch kann ich gut verkaufen wie viel Magie braucht er 27 er damit Geld ich gebe dir Geld irgendwann mal dafür ich will mal kurz was schauen Required Magie ach so viel habe ich nicht jetzt habe ich eben Magie mit Mana verwechselt ich war ein Idiot dachte ich wo habe ich 57 Magie her aber das war ja Mana mhm jetzt muss ich einen Säbel nehmen 1 bis 8 Damages Scheiße das ist ja nicht ach so erstmal identifizieren identifizieren ja man 7 Punkte zu Damage mal gucken ein bisschen damit umgehen Schild anlegen ja man das heißt hier unten Braunfried hast du eventuell eine Zigarre für mich ja bestimmt ach ja finde ich gut 18 bis 25 warte mal 25 Zigarren ich habe mit denen mit der Achse 26 bis 52 natürlich machst du da mehr Damage aber Schutz ich würde es vielleicht mal probieren solange hier diese Einhörner durch die Gegend rennen ob du vielleicht ein bisschen weniger frisst ja Gesundheit ich scoute schon mal die Lage hier mit dem Scout Ranzen ja ich habe einen Scouter dabei hier wenn eine Kampfkraft beträgt das ist ein Scout Ranzen auch habe ich gar nicht gesehen du kennst dich von Dragon Ball dieser Scouter die Brillen deine Kampfkraft beträgt momentan ja so viel wie ein Teelöffel ungefähr ja Teebeutel wenn nicht okay da müssen geht es da ja jetzt sind wir ich habe da noch einen Bogen fliegen sehen jetzt sind wir endlich wieder da wo wir hingehören geil so und es wird offenbar nicht einfacher du musst schon Level 17 ja ja wuuh diese E E was ist das denn E Hilfe Boah ich kann kein mehr oh Gott wir müssen jetzt zusammenbleiben aber ich bin nicht tot alter mal kurz hier runter ich bin kurz in der Hochian wieder oh Gott ich zu liebste noch liebste noch nö warte ich will die im Stadtportal hier okay okay ganz vergessen mit dem Siegel ja scheiß Kamer auch so rot mit vier mehreren davon die brauchen jetzt alle mein Zeug was so rumliegt naja war schon noch irgendwie hin komm er soll ich stattdinkt da ja warum ich denn jetzt weniger ach so oh Gott ich kann nicht ich kann nicht mal die Achse jetzt anlegen ich habe das Amuletten ich habe nur der Stärke die benötigt wird oha mach ich mein Knüppel den kann ich wenigstens anlegen dein Knüppel da hast du noch ein paar Heiltränken ja ok also es wird jetzt nicht einfach weil das sag ich dir hier wenn du da bist ähm weil die ich bin halt die Treppe wieder hochgegangen zu Level 9 und die sind da jetzt jetzt weiß ich nicht ob die davor jetzt da rumfliegen und ich weiß auch nicht ob es nach rechts runter geht zum Ausweichen Braunfried aber wenn du geradeaus durchgehst und kommen sie ein Level wieder hoch ja aber Braunfried sagt mir was sollen wir tun auf und zu und durch ja 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 ja